Hallo zusammen, wieder die Liegestütz-Challenge. Heute Tag 27, es nähert an Tag 30. Es folgen jetzt zwei Regenerationstage. Also jetzt ist das für euch ein Regenerationstag. Wenn wir das am Anfang gemacht hätten, wären wir relativ im Anschlag gewesen. Heute gibt es vier Sätze. 10, 10, 20 und 8 Wiederholungen. Und morgen gibt es dann 30 im Stück und dann nur noch 5 Wiederholungen. Und dann gibt es dann nochmal so zwei Tage Richtung Vorbereitung für, oder zum Beispiel einen Tag Vorbereitung für auf die 50 Wiederholungen im Stück. Denn am Sonntag ist es soweit. Wir schaffen die 50 Wiederholungen im Stück. Genau, jetzt habe ich noch die falsche Seite geguckt von der Kamera. Hier vorne ist ja die Kamera. Ja, wir starten gleich mit dem ersten Satz. Wie gesagt, 10, 10, 20, 8. Und morgen ist es dann 30, 5, 5, 5. Und dann können wir am Samstag, das ihr euch einfach so vorbereiten könnt, ist es 4 x 15. Und am Sonntag kommt dann die richtige Challenge. 50 Stück auf das Mal. Ja, freut euch auf einen Sonntag. Tue die zwei Tage jetzt schön regenerieren. Macht die Liegestütze weiter, schön regenerieren. Und dann werden wir das am Sonntag packen, die 50 im Stück. Gut, wir starten mit dem ersten Satz. 10 Wiederholungen. Gut, man abwachen, positionieren und 10 Stück. Dann gibt es eine lauter Pause. Bis der nächste Satz kommt mit nochmal 10 Stück. Komm. Gut, die 15 Sekunden sind durch, bereit machen für die weiteren 10 Positionen, proben zu gehen. So, wieder eine Minute Pause und jetzt kommt der dritte Satz für heute, der schwierigste, 20 auf das Mal. Gut, die 15 Sekunden sind durch, langsam wieder positionieren. Für 20 Wiederholungen. Und, go! So, noch eine Minute Pause und dann machen wir noch 8 Wiederholungen. Und dann war's das für heute. Die, die jetzt nicht die normalen Liegestütze gemacht haben. So, wieder schlussendlich nach dieser Challenge mal probieren, die Richtungen zu machen. Überzeugt. Das geht jetzt schon viel besser. Weil ihr schlussendlich recht fleissig trainiert habt. Bei diesen 30 Tagen. Und da doch etwas gegangen ist. Gut, wir machen uns wieder bereit für die nächsten Achterterholungen. Und, go! So, das war noch der Ausklinger. Dann sehen wir uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal. Tag 28 mit 30 5 5 5 5. Jusuf, zusammen! Bis zum nächsten Mal.